Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter, live auf 99 Damage mit Face gegen Argo. Also der Face-Clan hat sich mal kurz eine Pause gegönnt und jetzt heißt es, gegen den nächsten Underdog hier anzutreten und zwar Argo. Mal gucken, ob der Face-Clan hier auf Inferno wieder so eine fulminante Hälfte abliefern kann. Diesmal standen sie direkt auf der 10. Seite oben, wo es hat den Rayner gerade für eine Vergewaltigung angestellt, unten den dritten direkt in der... Das ist doch mal schön, direkter Urlaubmeister oben auf der Flowerbox ausgeschaltet. Ist nur noch Rain, ist nur noch Nico. Drei gegen zwei. Und jetzt kann Nico hier nochmal ein Kraftschirm gemacht von Rain. Uh, super Backup da von Nico. Und damit haben sie nur noch einen Spieler vor sich. Haben sie Furlan jetzt gehört? Der frisst erstmal die Granate, die wissen, wo der steht. So, Tracer ist verraten ihn da. Rain fängt einmal an und damit wissen sie ganz genau. Das ist Furlan, der so ein bisschen die Rotation abkarten kann. Und Furlan könnte ein ganz gutes Timing haben, mit dem Rücken zu fallen. Urlaubmeister und Rain halten aber weiter hier den Spot sauber. Also eigentlich fällt das Ding mit dem Execute auf A. Die Space holt das wahrscheinlich. So, Kerrigan mit dem ersten. Richtung B. So, aber dann hat Urlaubmeister eine zu gute Position oben auf dem zweiten. Oh, sieht den zweiten da aber auch ankommen. Und damit ist nur Kruby. Und der hat noch 32 HP. Das sieht nicht gut aus für ihn. Da wird er nicht mehr durchkommen. Und so flott die AWP auspackt. Normalerweise arbeitet man erstmal auf der T-Seite mit ein paar Rifles. Das ist hier auf der CT-Seite und versucht jetzt mal ein bisschen Stabilität reinzukriegen. Astral ist das so ein gutes Thema. Hier auf der CT-Seite sehr früh die AWP auspacken. Und halt der Face-Clan. Und wenn du das Duell in der Mitte gewinnst, hast du auf jeden Fall schon mal einen Riesenerfolg. Hier ist es aber auch nicht möglich. Den Rest geht nach vorne. Jo, da ist Kerrigan durch. Zwei gegen drei Situationen. Trotzdem die Runde noch nicht unter Dach und Fach. Da fehlt noch ein bisschen. Dafür muss man Argo jetzt aufhalten. Also sie haben es ja schön gegen Windigo gezeigt, wie es funktioniert. Kerrigan macht es auf jeden Fall schon mal vor auf die lange Distanz mit der USP aus dem Pit. Nochmal Tau mit dem Anschluss. Guardian kann den Call geben. Beide sind da. Und Kerrigan gibt ihm da gutes Backup. Die Munition leer. Und die Zeit läuft gegen Tau. Der hat zwar einen Def-Kill, aber kriegt von Guardian an der Ecke in sein Gesicht. Sonst gibt es hier gar nichts, weil Faze gerade wieder die Mitte ohne Probleme einnehmen kann. Der Mann ist halt sehr defensiv. Boah, schön gemacht. Und hier das Todesurteil sein. Jetzt ist es wichtig, dass der Spieler da in der Banane seinen Raum halten kann. Wird aber jetzt hier in die Mangel genommen und dann wird er einfach überrannt. Also da vielleicht die bessere Möglichkeit gewesen, zu versuchen, in so einer Situation die Banane zu halten, statt hier rauszurennen. Aber Kruby, die kommen gerade nochmal hinterher. Drei gegen drei. Bombe kann geblendet werden. Die müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht von der Banane überrannt werden. Da steht aber immer noch ein Spieler bereit. Das ist Guardian an der AK. Und damit kommt P.H.R. nochmal die Möglichkeit, vielleicht hier zu glänzen gegen den Faze-Clan. Fünf zu vierzehn oder sechs zu dreizehn. Das ist die Frage. Die Bombe liegt offen. Aber für wirklich jede Position. So, Nico sieht die Bombe. Guck, der verschießt. Naja. Nicht so schlimm, er kann nicht defusen. Und dann geht er safen. Also er weiß ganz genau, die Runde kann er nicht mehr gewinnen. Nimm die Waffe mit. Nico verschont nochmal. Seine Mitspieler. Auf dem Server. Nö, doch nicht. Ciao. Im Setup. Eher Argo gerade auf der Suche. Nämlich hier das Setup von Faze so ein bisschen aufzulösen. So, Moltovs gelöscht. Das ist ne Gap. So, nimmt hier nach, drehe ich die Banane ein. Rain steht hier bereit. Oh mein Gott. Ich glaube, er hat nicht nur einen zweiten angerecht. Da haben wir da überhaupt keine Probleme. Oh, Rain! Da hat Rain auf jeden Fall mal gut zugesetzt. Da hat es ordentlich geregnet. Und zwar... Nicht nur Spray Control, sondern auch Headshots. Das ist ne Gap. Das ist ne Gap. Das ist ne Gap. grubi anna lebrich na b-vazen kerrigan закрывает уао mensagen umin satnik apush peru satnik ищи по фуру ну ты чарс ножом в руках на лестнице mirat atoll of 11 face чего не замечает пусть также где-то с тормозов на коннектор это сработать шпера и вот они к сперва контакту а скорее всего не догадываться где garden хотя нет наоборот не догадывается где-то а он забирает калаш патроны позволяет ему еще и рейна забрать на кирген размен 3 в 3 и чаш пара и фурман о постреливает форма хорошими для него пера тут что-то слишком долго живет и чару таки застреливали на расшибается ник его расстреливает также как и of master закрывает и чара действовал на месте не как под окнами ловит грубе далее перестройка еще и на коннектор минус от рейна пошпера далее проход под а плен пичар все еще на точке пытается сделать какой-то размену пока ничего толком не видит и вообще на самом-то деле фейс план не торопит все события не проходят в плен пенна по пунктикам пошагово минус от ричара паула вверхнизе коригана туал закрывать рейнами сатника тоже к пичару не знаю что произошло но по-моему 22 и ретейк ситуация более чем адекватно для и гоу и спорт если предположить у гардена есть проблема с форумом но он с ней разобрался ничего страшного в этом нету а вот и блок сыграно а плент открыт в действительности показывает на ванге ой 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 ну кардин неплохая жалко не работает он делает еще минспа кириган улов разбирает его портала изменила за собакой по моему пятку можно было заметить но стали вдаваться подробности фейс клан вот так и не спалился до сих пор вот он гранат откидывать теперь падает лава рейн пошел дальше в чекает спину совсем позициям хорошо но удалось забрать печара в голову не к должен жить здесь максимально олов должен тоже вроде как тянуть время молек если что есть и умирать погиб 1 на 1 против олафа молек вниз и все как бы олов вообще до собакой не читается и группе даже не знаю где лишь его соперник не сосалов и погруз чья реакция будет быстрее рейна конечно же здесь фурум просто умирает и на красивом минус от рейна по грубе далее а еще и пара падает за плентом туалу последний туалу тащи тащи на себе мой олов вот уже перегрубе перед красным стоит может быть как на сотки два минуса для него ну кириган и волос так же от гардена по туалу и шпера последний свп ходит он на кт баун гардена и на базу олов мейстер находит минус по туалу шпера на тормозах про воюет раздаваться не собирается здесь также от шпера полов мастер кириган ловит пичара минус от грубе по киригану урлан пау коника в упоре за счет этого не пищи перестраивается на грубе сжигает уровень и шпера а по итогу врыв на пленту лов мастерника по фрагу споро грубе туалу тоже свои минус тут оформляет отчасти пары чат грубе разбирает киригана 2 в 4 а плент вскрыт рейн правда умирает а шпера дождался 2 выходом с коннектора закрывая шпера 12 первая половина рамках нью-йорка продаление энергии 20 кардин тут включает двоих шпера грубе фурланика размин рейн забирает фурлана и вроде как пистолет под эгидой призов слишком прямолинейных от на плент мясо трейна по грубее далее они к закрывает фурлана что на печали зависли забирает рейна но 43 там уже 2 минус 3 минуса для них все видно что шпера этого вообще права в точках на карте ставят свои позиции и от не то и это не то то что хотелось бы на самом деле видеть минус а шпера по кирину прикольно прикольно шпера аккуратненько здесь не чуди не чуди пера забирает на слов мэй сторонник забирает шпера и побед кого а а Bis zum nächsten Mal.